Wenn es etwas wie Drei, wenn es arbeiten hat. Dann wäre ich ein Engel, und könnte fliegen. Ich gehe an Orte hin, weit, weit weg. Zum Beispiel ins Mongolei. Oder ob soll ich kaufen? Wenn es etwas wie Drei, wenn es arbeiten hat. Dann wäre ich als Engel, bei dir daheim zu besuchen. Und wenn du schlafst, streichen ich die ganze Wohnung gelb. Am Morgen würdest du staunen, und ich hätte Freude. Wenn es etwas wie Drei Wünsche offen hat. Wenn es etwas wie Drei Wünsche offen hat. Dann würde ich gerne alles kennen, was ich sonst nicht kann. Wichtige Sprachen reden, finde ich schwappen Zellendeutsch. Und ich würde nicht so viel Wasser rasieren, aber ich bin selbst schuld. Wieso habe ich dann in der Pumpe getät, um zu verrecken müssen, dabei sein? Wenn es etwas wie Drei Wünsche offen hat. Wenn es etwas wie Drei Wünsche offen hat. Dann würde ich anfangen zu betteln, für einen vierten Wunsch. Weil ich will doch so gerne noch einmal zu dir. Ich will dir in die Augen schauen, und deine Haare verströbeln. Tage lang, Stunden lang, oder länger als auch der Freie, Sonntag im Breitsch.